Hi liebe Leute, hier ist euer X-Holid92X mit einem kleinen ernsteren Thema. Ich wurde von Leuten darauf Aufmerksam gemacht, vor allem von Konstantin72 auf ein Video, von wegen Stopp Sopa. Ich habe damit erst nichts anzufangen, wissen konnte, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich da jetzt etwas auseinandergesetzt. Und es gibt eine, was heißt Bedrohung? Es gibt etwas, was zur Zeit vor allen Dingen die Game- und Let's Play-Wert erschüttert. In den USA wird zur Zeit über einen Gesetzentwurf gesprochen. Nein, nicht den damaligen Gesetzentwurf, den wir da schon mal angesprochen hatten, sondern Sopa, also Stop Online Parasy Act. Und der ist jetzt höchst umstritten, bla bla, wie auch immer. Wichtig ist nur für mich, dass viele Leute das wissen. Zur Zeit sagen jetzt alle immer so schön, ja tut was dagegen, tut was dagegen. Die Frage ist, was kann man denn dagegen tun? Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich jetzt in Facebook oft in der Gruppe da eingetragen, von wegen Stopp Sopa und sonst was. Aber mehr kann man auch zur Zeit nicht wirklich machen. Hier, der Wales, der Betreiber von Wikipedia, der protestiert schon dagegen und will Wikipedia für ein paar Tage sperren lassen, um zu streiken und was weiß ich nicht was. Aber das Problem ist, ich als Otto-Normalbürger kann jetzt nicht so wirklich viel tun. Okay, ich bin jetzt in der Facebook-Gruppe und sonst was. Das Einzige, worum ich euch bitte, setzt euch, versucht euch ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise wenn neue Informationen rauskommen und es irgendwelche Möglichkeiten gibt, irgendwelche Aktionen, die man unterstützen kann, dass ihr ein bisschen auf dem Laufenden bleibt und wenn es da wirklich was gibt, wogegen man vorgehen kann, dass ihr mit dabei seid. Also, ich werde den Link zu dem Video mal in die Beschreibung packen und auch zu dem Wikipedia-Link. Setzt euch damit mal auseinander, denn das könnte wirklich, was sämtliche Plattformen, also Videoplattformen und so betrifft, sämtliche Let's Plays wirklich komplett verhindern. Ja, setzt euch damit bitte mal auseinander, wenn ihr Lust und Zeit habt und was weiß ich nicht was und euch das Ganze hier, die ganze Community etwas am Herzen liegt. Damit viel Spaß mit Videos, bis zum nächsten Mal, euer Hedi.